Was ist das Hammageddon Gideon? Der Text ist sehr alt, der ist ja sehr früh im Alten Testament geschrieben worden und enthält trotzdem extrem viele interessante Inhalte. Also der hat natürlich zu tun mit dem Wiederkommen Christi auf dem Ölberg. Man findet dort die letzte Posaune. Man findet den Antichristen und den falschen Propheten. Man findet Aussagen über die Gottheit Jesu Christi. Wir kommen auch nochmal auf eine Paulusstelle im Neuen Testament, wo er sagt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Die Gottheit Jesu ist dort angesprochen. Also das ist ein Text, der ist so weit in seinen Aussagen. Der trieft geradezu vor endzeitlichen Themen, aber auch vor neutestamentlichen Themen, die man dort im Text findet. Ich lese den Text so Stück für Stück vor. Ich habe den abgelesen aus meiner Bibel, dann unterbreche ich den immer, kommentiere den ein bisschen. Und dann gehen wir so lesend durch diese zwei Kapitel durch. Es wird ein bisschen lang, vielleicht mache ich zwei Teile draus, muss mal gucken, vielleicht passt es auch in einen. Mal sehen, wie lange man da braucht für. Ich reiße das mal so an. Das ist ein Vorschlag oder eine Anregung für ein persönliches Bibelstudium. Wenn ihr Interesse habt, euch Richter 6 und 7 Gideon und seinen Kampf gegen die Midianiter als Bibelarbeit selber nochmal aufzubereiten, dann kann das so ein bisschen hilfreich sein. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Richterbuch Kapitel 6 Und da die Kinder Israel übel taten vor dem Herrn, gab sie der Herr unter die Hand der Midianiter sieben Jahre. Und da der Midianiter Hand zu stark ward über Israel, machten die Kinder Israel für sich Klüfte in den Gebirgen und Höhlen und Festungen. Und wenn Israel etwas säte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Morgenlande herauf über sie und lagerten sich wieder sie und verderbten das Gewächs auf dem Lande bis hinan gen Gaza und ließen nichts übrig von Nahrung in Israel, weder Schafe noch Ochsen noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und Hütten wie eine große Menge Heuschrecken, dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, dass sie es verderbten. Also ward Israel sehr gering vor den Midianitern. Da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn. Als sie aber zu dem Herrn schrien um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus dem Diensthause gebracht und habe euch errettet von der Ägypter Hand und von der Hand aller, die euch drängten und habe sie vor euch herausgestoßen und ihr Land euch gegeben und sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Fürchtet nicht der Amoriter Götter, in deren Lande ihr wohnet und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Israel hat geschrien zu Gott wegen der Midianiter und Gott hat ihnen geholfen durch den Gideon. Aber er hat vorher einen Propheten geschickt und er hat dem Volk gesagt, ihr habt nicht gehört. Also er sagt dem Volk ganz deutlich, woran es gelegen hat, dass diese Zeiten über Israel gekommen sind damals. Heute ist es ganz ähnlich, aber heute schreit eigentlich niemand mehr zu Gott und die, die das Prophetenamt ausfüllen sollten, die vermisst man auch kläglich innerhalb der Christenheit. Das ist ein Drama, aber es zeigt den geistlichen Bankrott der Kirchen, Gemeinden und Kreise heute. Aber schauen wir mal weiter. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche zu Ophra, die war des Joas, des Abies Rieters und sein Sohn Gideon Droschweizen in der Kelter, dass er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Ja, das ist jetzt hochspannend. Jetzt kommt der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist immer wieder auch ein Bild für Jesus Christus im Alten Testament. Gibt es einige Bibelstellen für, die ich jetzt nicht alle anführen möchte, aber der Engel des Herrn ist immer wieder ein Bild auf Christus, bevor er kam ins Fleisch. Man findet den Engel des Herrn schon im Alten Testament und er hat zum Teil auch Aufgaben, die nur Gott zukommen. Und das sehen wir auch hier. Wir finden den Engel des Herrn gleich nochmal und vor allem auch in einer erstaunlichen Anrede, die dort in der Bibel verwendet wird. Gideon aber sprach zu ihm, Mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn solches alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verlassen und unter der Medianiter Hände gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, Ist euch das aufgefallen? Der Engel des Herrn wird hier gar nicht als Engel des Herrn genannt, sondern als der Herr. Das ist so, als ob der Engel des Herrn und der Herr eins sind, eines ist. Wenn aber der Engel des Herrn ein Bild auf Christus ist im Alten Testament und hier auch der Engel des Herrn als Herr angesprochen wird, dann kann man davon ausgehen, dass der Engel des Herrn und der Herr selber eins sind, im Geist und in Wahrheit, so wie auch Christus eins ist mit dem Vater. Das ist erstaunlich, dass diese Anrede hier wechselt, aber es gibt noch mehr Erstaunliches. Schauen wir mal weiter. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, Gehe hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erlösen aus der Medianiter Händen. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, Mein Herr, womit soll ich Israel erlösen? Siehe, meine Freundschaft oder meine Verwandtschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, Ich will mit dir sein, dass du die Medianiter schlagen sollst wie einen einzelnen Mann. Auch hier wieder die Formulierung, der Herr wandte sich zu ihm und spricht. Da war aber niemand anderes bei Gideon als der Engel des Herrn. Und auch hier wieder dieser Wechsel zwischen der Engel des Herrn und der Herr selbst. Also ganz auffällig, ganz erstaunlich, tief im Alten Testament ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus und der Vater eins sind. Auch interessant finde ich, dass Gideon, der ja eigentlich bei der Arbeit war, der hat ja in der Kälte Weizen getroschen. Normalerweise tricht man Weizen nicht in der Kälte, sondern man tricht Weizen auf der Tenne. Aber um den zu verbergen vor der Medianiter hat Gideon das in der Kälte gemacht. Und er war also bei seinem Tagesgeschäft. Und als der Engel des Herrn kommt und ihn anspricht, ist er sofort dabei. Also er hat keine Anlaufzeit, bis er sich mal auf geistliche Themen einlässt. Sondern es ist fast so, als ob er während der Arbeit über Geistliches nachdenkt, über Glaubensthemen nachdenkt, über die Situation des Volkes Gottes nachdenkt. Und das ist was Schönes, dass Menschen während ihrer Arbeitszeit über Glaubensthemen nachdenken. Keine Frage, wir sollen unsere Arbeit gut und gewissenhaft tun. Und da, wo es angesagt ist, da soll man auch seine Gedanken auf die Arbeit konzentrieren. Aber hier ist jemand, der die Möglichkeit hat, das während der Arbeit zu tun und scheinbar voll von Glaubensdingen ist. Und als der Engel des Herrn kommt, ist er bereit. Er ist offen und bereit zu antworten und seine Fragen zu stellen, als er sich die Möglichkeit dazu bietet. Das ist eine schöne Sache. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mache mir doch ein Zeichen, dass du es seist, der mit mir redet. Weiche nicht, bis ich zu dir komme und bringe mein Speisopfer und es vor dir hinlege. Er sprach, ich will bleiben, bis dass du wiederkommst. Und Gideon kam und richtete zu ein Ziegenböcklein und ein Ehepaar ungesäuerten Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Eiche und trat herzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das Ungesäuerte und lege es hin auf den Fels, der hier ist und gieße die Brühe aus. Und er tat also. Da reckte der Engel des Herrn den Stecken aus, den er in seiner Hand hatte und rührte mit der Spitze das Fleisch und das Ungesäuerte an. Und das Feuer fuhr aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und das Ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand aus seinen Augen. Ja, Gideon hier geistlich hellwach, ja, er sagt dem Engel des Herrn, warte, bis ich komme und dir ein Speisopfer bringe. Also es ist fast so, als er schon ahnt, dass der Engel des Herrn vor ihm steht. Und er bringt nicht irgendwas zum Essen, sondern er bringt den Speisopfer, er bringt ungesäuerte Brote. Und der Engel des Herrn nimmt dieses Opfer auch an. Denn da ist jemand auf der Höhe der Zeit, ja. Der ist im Kairos Gottes, wenn man so sagen will. Also ein hellwacher Charakter, den wir hier finden. Schöne Sache und ein Vorbild auch für uns. Ja, der Engel des Herrn akzeptiert ganz offensichtlich das Opfer von Gideon. Da ist Einigkeit zwischen den beiden. Und man hat den Eindruck, als ob der eine auf den anderen eingeht und der andere nur auf den einen wartet, wie er reagiert. Und Gideon ist einfach in einer harmonischen Übereinstimmung mit dem Engel des Herrn. Und man sieht, dass der Engel des Herrn dieses Opfer hier selber auch anzündet und bringt und dann auch verschwindet. Das heißt, Gott, der Engel des Herrn, hat dieses Opfer von Gideon angenommen, wie er auch der weitere Verlauf der Geschichte dann auch zeigt. Da nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, Ach, Herr, Herr, habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon daselbst dem Herrn einen Altar und hieß ihn, Der Herr ist der Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag zu Ofra, der Stadt der Abiesriter. Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, Nimm einen Pharren, also einen jungen Stier, unter den Ochsen, die deines Vaters sind, und einen anderen Pharren, der siebenjährig ist, und zerbricht den Altar Baals, der deines Vaters ist, und haue ab das Aschera-Bild, das dabei steht. Und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den anderen Pharren und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du abgehauen hast. Da nahm Gideon zehn Männer aus seinen Knechten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich solches zu tun des Tages vor seines Vaters Haus und den Leuten in der Stadt und tat's bei der Nacht. Ja, verständlicherweise hat Gideon Angst. Er wird wahrscheinlich die ganze Stadt aufbringen, wenn er gegen diese religiösen Vorstellungen da der Stadtbewohner angeht. Deswegen tut das bei der Nacht, kann man gut nachvollziehen. Wenn man sich zum Herrn wendet und Religion angreift oder Theologien, dann gibt's meistens Aufruhr. Kann ich gut nachvollziehen, dass der Gideon das mit seinen Leuten nachts gemacht hat. Aber er hat's gemacht. Da nun die Leute in der Stadt des Morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar Baals zerbrochen und das Aschera-Bild dabei abgehauen und der andere Pfarrer ein Brandopfer auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zu dem anderen, wer hat das getan? Und da sie suchten und nachfragten, war es gesagt, Gideon, der Sohn des Joas, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas, Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, dass er den Altar Baals zerbrochen und das Aschera-Bild dabei abgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen, Wollt ihr um Baal hadern? Wollt ihr ihm helfen? Wer um ihn hadert, der soll dieses Morgens sterben. Ist er Gott, so rächte er um sich selbst, dass sein Altar zerbrochen ist. Von dem Tag an hieß man ihn Jerubal und sprach, Baal rächte mit ihm, dass er seinen Altar zerbrochen hat. Da nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Morgenland sich zuhauf versammelt hatten und zogen herüber und lagerten sich im Grunde Jesrael, erfüllte der Geist des Herrn Gideon und er ließ die Posaune blasen und rief die Abiesriter, dass sie ihm folgten und sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie an, dass sie ihm auch nachfolgten. Er sandte auch Botschaft zu Asser und Sebulon und Naphtali, die kamen herauf ihm entgegen. Und Gideon sprach zu Gott, willst du Israel durch meine Hand erlösen, wie du geredet hast, so will ich ein Fell mit der Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau auf dem Fell allein sein und die ganze Erde umher trocken, so will ich merken, dass du Israel erlösen wirst durch meine Hand, wie du geredet hast. Und es geschah also. Und da er des anderen morgens früh aufstand, drückte er den Tau aus vom Fell und füllte eine Schale voll des Wassers. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn ergrimme nicht wider mich, dass ich noch einmal rede, ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Fell. Es sei allein auf dem Fell trocken und Tau auf der ganzen Erde. Und Gott tat in derselben Nacht, dass es trocken war, allein auf dem Fell und Tau auf der ganzen Erde. Ja, hier auch schön zu sehen, dass Gott so auf die Fragen von Gideon eingeht und dass Gideon zweimal fragen darf. Gideon tut das sehr respektvoll. Er hat eine gesunde Gottesfurcht, er hat Respekt vor Gott und er fragt sehr vorsichtig nach. Aber Gott antwortet ein zweites Mal, auch weil er weiß, dass das, was Gideon tun soll, etwas Großes ist und er sieht auch da die Seelenot von dem Gideon. und antwortet zweimal auf das Zeichen, was Gideon sich vom Herrn wünscht. Das, was schön ist. Es ist auch schön zu sehen, dass Gideon nicht irgendwie voreilig reagiert, sondern ein zweites Zeichen möchte, weil er ausschließen will, dass er sich geirrt hat. Er hat das, was gut ist. Das klingt für mich fast so, als ob er sich selber da auch hinterfragt und deswegen noch einmal dieses zweite Zeichen fordert. Und Gott gibt. Gott gibt freundlich. Das ist auch ein gutes, schönes Vorbild auch für uns, Gott zu bitten und Gott wird antworten. Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und alles Volk, das mit ihm war und lagerten sich an den Brunnen Harod, das er das Heer der Midianiter hatte gegen Mitternacht, von dem Hügel More im Grund. Der Herr aber sprach zu Gideon, Des Volkes ist zu viel, das mit dir ist, das ich soll dem Midian in ihre Hände geben. Israel möchte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich erlöst. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes und sagen, Wer blöde, also furchtsam und verzagt ist, der kehre um und hebe sich alsbald vom Gebirge Gilead. Da kehrten des Volkes um 22.000, dass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, Des Volkes ist noch zu viel. Führe sie hinab ans Wasser, da selbst will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem aber ich sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, Wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Desgleichen wie auf seine Knie Fell zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, aus der Hand zum Mund 300 Mann. Das andere Volk alles hatte kniend getrunken. Ja, das empfinde ich als eine der Kernstellen im Kapitel. Das ist nur sehr schwer vorzustellen für einen Westeuropäer, vielleicht sogar für einen Hebräer. In der Bibel steht auch, dass Hunde unreine Tiere sind. Jetzt ist es so, dass die, die getrunken haben wie ein Hund, die gehören zu den 300 und die werden mitgenommen in die Schlacht. Und die, die ritterlich gekniet haben und in Würde das Wasser hochführen zum Mund, die dürfen nicht mit. Und auf den ersten Blick oder bei oberflächlicher Betrachtung müsste man eigentlich sagen, das müsste doch genau umgekehrt sein. Die, die in Würde sich knien, das Wasser hochbringen, zum Mund mit der Hand, dass das eigentlich die sind, die man auswählen sollte. Und nicht die, die hinkauern wie ein Hund und Wasser lecken dann direkt mit der Zunge. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erwarten sollte. Ich würde das aber anders verstehen wollen. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Der Paulus sagt im Neuen Testament, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das bedeutet also, dass jemand, der die Predigt vorbereitet hat, sich zuvor mit dem Wort Gottes beschäftigt haben muss. Ja, also der wird dann am Samstagabend, bevor er Sonntagmorgens dann die Predigt hält, wird er sich mit der Bibel auseinandersetzen, wird Bibelstellen wälzen, wird seine Predigt vorbereiten. Und der trinkt im Prinzip direkt aus der Quelle. Während die Gemeinde am Sonntagmorgen diese Predigt hört und nicht direkt aus der Quelle, sondern aus der Predigt schöpft. So wie Paulus sagt, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ja, und der Glaube kommt aus dieser Predigt. Das heißt also, ein Glied erbaut das andere. Und diejenigen, die direkt das Wasser getrunken haben, bei Gideon, die also getrunken haben wie ein Hund, die direkt das Wasser mit der Zunge, mit dem Mund aufgenommen haben, sind für mich ein Bild für diejenigen, die sich geistlich direkt aus der Bibel ernähren, deren Glaube aus der Schrift kommt. Während die anderen einen Mittler brauchen, eine Hand, die ihnen das Wasser zum Munde führt. Deren Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ihr Durst wird gestillt durch die Hand und die Hand schöpft aus dem frischen Wasser. Das ist das Bild, was wir hier sehen. War für mich auch sehr erstaunlich. Und ich habe eine Menge Bibelübersetzungen mir da zu Rate gezogen, die alle mit der Textstelle irgendwie kämpfen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, nehmt euch mal eine Elberfelder oder eine Schlachterbibel oder eine andere Übersetzung, Einheitsübersetzung. Es gibt da alle möglichen. Natürlich auch Luther, ja. Eine Menge Bibel kann man zum Beispiel nehmen. Und dann schaut da mal diese Stellen nach, wie die dort übersetzt sind. Ihr werdet da finden, dass das ganz unterschiedlich übersetzt wird zum Teil. Weil man irgendwie auch kämpft damit und sich nicht vorstellen kann, warum die, die getrunken haben wie ihren Hund, warum die mitgenommen werden in die Schlacht. Wie gesagt, für Westeuropäer ist das schwer zu verstehen, weil dieses Ritterliche, wenn jemand kniet und das Wasser hinaufführt zu seinem Mund, das empfinden wir erst mal als etwas Ritterliches und etwas Vorbildhaftes. Aber ich glaube, dass es hier um etwas anderes geht. Hier geht es um das Schöpfen direkt aus dem Wasser, direkt aus der Quelle oder das mittelbare Trinken über die Hand, die das Wasser zum Mund führt. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erlösen und die Midianiter in deine Hände geben. Aber das andere Volk lass alles gehen an seinen Ort. Und sie nahmen Zehrung für das Volk mit sich und ihre Posaunen. Aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, einen jeglichen in seine Hütte. Die 300 Mann aber behielt er. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm im Grunde. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, stehe auf und gehe hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, dass du hörest, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein, und du wirst hinabziehen zum Lager. Da ging Gideon mit seinem Diener Pura hinab, vorn an den Ort der Schildwächter, die im Lager waren. Und die Midianiter und Amalekiter und alle aus dem Morgenland hatten sich niedergelegt im Grunde wie eine Menge Heuschrecken, und ihre Kamele waren nicht zu zählen vor der Menge wie der Sand am Ufer des Meeres. Dann nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, mir hat geträumt, mich deuchte, ein geröstetes Gerstenbrot wälzte sich zum Heer der Midianiter. Und da es kam an die Gezelte, schlug es dieselben und warf sie nieder und kehrte sie um, das oberste zu unterst, dass das Gezelt lag. Ja, ein geröstetes Gerstenbrot kommt vom Berg herab und zerstört das Lager. Ein Leib, Leib, Brot mit Ai, aber auch ein Leib mit E, die Christus und die Gemeinde. Gideon und Pura, sein Waffenträger. Pura heißt Ast oder Zweig, so als ob etwas zur Wurzel gehört, zum Stamm gehört, zum Hauptstamm, etwas, was vielleicht in den Stamm eingepropft ist. Pura und Gideon zusammen gehen zur Wache der Midianiter und hören dort, wie dieser Traum gedeutet wird und fassen Mut und verstehen, dass Gott die Dinge schon vorbereitet hat, so sehr, dass sogar der Feind weiß, was auf ihn zukommt. Ein geröstetes Gerstenbrot kommt vom Berg herunter und wird die Zelte der Midianiter zerstören. Fast so wie beim Standbild Daniels, wo ein Stein vom Gebirge herabgerissen wird, ohne Hände, so kommt dieses Gerstenbrot vom Berg herab und wird die Midianiter besiegen. Schauen wir mal weiter. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes, denn das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hände gegeben mit dem ganzen Heer. Da Gideon den hörte, solchen Traum erzählen und seine Auslegung, betete er an und kam wieder ins Heer Israels und sprach, macht euch auf, denn der Herr hat das Heer der Midianiter in eure Hände gegeben. Und er teilte die dreihundert Mann in drei Haufen und gab einem jeglichen eine Posaune in seine Hand und leere Krüge und Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut auch also und siehe, wenn ich vor das Lager komme, wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaunen blasen ums ganze Heer und sprechen hierher und Gideon. Also kam Gideon und hundert Mann mit ihm vor das Lager zu Anfang der mittelsten Nachtwache, da sie eben die Wächter aufgestellt hatten und bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Gideon und hundert Mann mit ihm kommen zum Lager am Anfang der mittleren Nachtwache. Das erinnert etwas an diese Nachtwachenordnungen, die auch in den Endzeitreden Jesu vorkommen. Da geht man davon aus, dass die Weltgeschichte auch in Nachtwachen unterteilt ist. Eine Nachtwache ist eine Viertelnacht und die komplette Nacht besteht aus vier Nachtwachen insgesamt und es gibt Auslegungen, ich kann es hier nur ganz kurz wiederholen, die sagen, von der Schöpfung der Welt bis zu Christus waren 4000 Jahre. 4000 Jahre wie vier Nachtwachen. Dann ist eine Nacht vorbei, die Nacht der Weltgeschichte ist vorbei, Christus kommt, die Sonne geht auf. In Jesaja steht, wenn auch die Sonne aufgeht, wird es doch wieder dunkel werden und ihr werdet wiederkommen und wiederfragen. Das heißt, Christus kommt als Sonne der Gerechtigkeit, die Nacht der ersten 4000 Jahre Weltgeschichte ist vorbei, die Sonne Christi geht auf, aber er wird gekreuzigt, die Sonne geht direkt wieder unter, sein Reich erleidet Aufschub, aber er kommt zum zweiten Mal und zwar kommt er, so wie Christus immer wieder auch in Gleichnissen andeutet, in der Mitte der Nacht oder zu Beginn der zweiten Nachtwache, dritten Nachtwache. Das ist hier auch so beschrieben im Text. Gideon kommt in der Mitte der Nacht, das heißt also, Christus stirbt und die zweite Nacht fängt an zu laufen. Eigentlich wieder vier Nachtwachen lang, wieder 4000 Jahre, so wie auch 4000 Jahre von Adam bis zu Christus gewesen sind. Aber diese zweite Nacht, die ist abgekürzt, die wird nur 2000 Jahre dauern, denn in der mittleren Nachtwache, als sie gerade eben die Wachen aufgestellt haben, mitten in der Nacht wird es plötzlich hell, Christus kommt wieder zum zweiten Mal, nach 2000 Jahren, nach zwei Nachtwachen. und dann wird er sein Reich aufrichten, er wird Gericht üben an den Völkern, die in sein Land eingefallen sind, in Israel, die Israel zerstört haben, die Jerusalem zerstört haben und er wird den Antichristen auf dem Berg Zion besiegen und er wird auch die Assyrer vertreiben und auf der Ebene Hamageddon niederlegen. Die ganze Geschichte, die wir hier sehen, ist eigentlich ein Bild für Hamageddon, Gideons Hamageddon, wenn man so sagen will und so wie Gideon mit dem Pura zu den Midianitern geht, so ist auch Jonathan mit seinem Waffenträger zu den Philistern gegangen und so wird auch Christus mit seiner Gemeinde auf dem Ölberg wiederkommen und wird das Land besiegen, wird seine Stadt Jerusalem befreien, wird Israel befreien und wird sein tausendjähriges Reich aufrichten. Dafür ist diese Geschichte hier mit Gideon eine Vorschattung schon im Richterbuch. Schauen wir mal weiter. Also bliesen alle drei Haufen mit Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, dass sie bliesen und riefen Hi, Schwert des Herrn und Gideons. Alle drei Haufen zerschlagen jetzt ihre Krüge, holen die Fackeln heraus, blasen die Posaune, mitten in der Nacht wird es plötzlich hell, unerwartet. Die Midianiter ohnehin schon mit schlechtem Gewissen und mit Angst unten in der Ebene und jetzt plötzlich gehen 300 Fackeln auf, Licht wird, Posaunen werden geblasen und die Midianiter zerstören sich selbst. Ein Bild auf das, was passieren wird, wenn Christus kommen wird, denn er sagt ja auch, dass wenn er kommt, das sein wird wie ein Blitz, der vom einen Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet. Es wird hell werden, es wird eine Posaune geblasen werden. Das ist das Kommen Christi in Herrlichkeit und das finden wir hier auch vorhergeschattet in dieser Begebenheit, wo die 100 Leute und dann nachher auch die anderen 200 die Krüge zerschlagen, in denen vorher die Fackeln im Verborgenen gebrannt haben. Die halten die Fackeln raus, der Sauerstoff macht das Feuer groß, es wird hell, die Posaune wird geblasen. Ein Bild auf das Ereignis, wenn Christus wiederkommt. Ich staune immer wieder darüber, das ist hier tief im Alten Testament, das ist im Richterbuch, das ist unfassbar, dass da schon diese Vorschattungen alle zu finden sind. Aber es geht noch weiter. Und ein jeglicher stand auf seinem Ort um das Lager her. Da war das ganze her laufend und schrien und flohen. Und indem die 300 Mann bliesen die Posaunen, schaffte der Herr, das im ganzen Heer eines jeglichen Schwert wieder den anderen war. Und das Heer floh bis Genbezitta, Genzareda, bis an die Grenze von Abelmehola bei Tabat. Und die Männer Israels von Naftali, von Assur und vom ganzen Manasse wurden zuhauf gerufen und jagten den Midianiter nach. Und Gideon sandte Botschaft auf das ganze Gebirge Ephraim und ließ sagen, kommt herab den Midianitern entgegen und gewinnt das Wasser vor ihnen bis Genbezbara und auch den Jordan. Da eilten zusammen alle, die von Ephraim waren und gewannen das Wasser vor ihnen bis Genbezbara und den Jordan und fingen zwei Fürsten der Midianiter Ureb und Seb. Ja, jetzt ist Israel wieder vereint. Das kennen wir auch aus Stellen von Zacharja. Wir kennen das auch von Jonathan, dass die Hebräer, die zusammen mit den Philistern gegen Saul gekämpft haben, sich plötzlich als Jonathan den Sieg dann erringt und klar, dass die Philister besiegt werden. Da schließen sich die Hebräer, die vorher mit den Philistern zusammengekämpft haben, auch Saul und Jonathan an. Das heißt, das Volk Israel steht wieder gemeinsam gegen den Feind und das sehen wir auch hier, dass Gideon die ganzen Stämme dann auch zusammenruft und die alle kommen, auch Ephraim dann kommt und alle gemeinsam gegen die Midianiter kämpfen, einen großen Sieg erringen. Was hier erstaunlich ist, ist, dass sie dann Oreb und Seb gefangen nehmen. Oreb und Seb gehören wie Seba und Salmuna, Jabin und Sisera und so einige andere Pärschen im Alten Testament zu diesem Vorbild Pärschen für ein Endzeit Pärschen, was kommen wird, nämlich der Antichrist und der falsche Prophet. Und so sind hier Oreb und Seb eine Andeutung für dieses endzeitliche Pärschen des Antichristen und des falschen Propheten, die auch aufgebracht werden und getötet werden. Einer auf dem Felsen Oreb und einer in der Kelter Seb. Der Fels könnte fast der Berg Zion sein und könnte ein Bild sein darauf, dass der Antichrist dort von Christus besiegt wird am Berg Zion, so wie in Daniel 11, Vers 45 steht, dass er umkommen wird bei der Belagerung des Werten heiligen Berges. Das sind alles so Andeutungen, die hier gemacht werden, die wir so schemenhaft hier finden und die so hoch konzentriert in dieser Begebenheit von Gideon zusammengefasst sind. Das ist etwas Großartiges. Und ich staune darüber, dass man das so in der Fülle hier findet. Der ganze Text, der ist voll davon. Man kann das hier nur so kurz anreißen, damit das Video auch nicht zu lang wird, aber vielleicht für euch so als Hilfestellung, wenn ihr vielleicht eine Bibelarbeit machen wollt darüber oder euch mit dem Text beschäftigen wollt, dass man vielleicht hier und da sieht, das sind überall so kleine Lichtpunkte, so kleine Sternchen, wo Dinge aufleuchten. Und wir sehen können, dass die Gottesgeschichte, die in der Bibel Stück für Stück entwickelt wird, bis über die Endzeitreden Jesu, bis in die Offenbarung hinein, hier schon angelegt ist. Und auch das zum wiederholten Mal. Ich bin ein großer Freund davon, dass Endzeitauslegungen oder eschatologische Auslegungen sich unbedingt ganz eng an die Vorgaben des Alten Testaments binden dürfen, damit die nicht irgendwie abheben und beliebig werden, sondern dass wir die gleiche Geschichte erzählen, die schon immer erzählt wird und die hier im Richterbuch anfängt. Immer wenn wir mal über Daniel gesprochen haben oder über die Endzeitreden Jesu oder über Jesaja und dann habe ich wieder mal das Richterbuch und auch noch ältere Bücher erwähnt, Fünfte Mose, Zweite Mose, Landnahme und so weiter. Der Engel kommt zu Daniel und sagt, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht, also in älteren Büchern, als das Buch von Daniel war. Das heißt, also Daniel hat schon in älteren Büchern gelesen, zum Beispiel im Buch Jeremia und unter Umständen auch im Richterbuch. Das heißt also, dass der Engel sagt, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht, betrifft auch diese Geschichten hier, diese Begebenheit hier und auch die nimmt ja Daniel wieder auf. Und deswegen ist mir das immer sehr, sehr wichtig, das auch in dieser Linie zu halten, die die Bibel uns tief aus dem Alten Testament hier schon vorgibt. Und vielleicht wird es auch ein bisschen deutlich, warum ich immer wieder auch mal das Richterbuch erwähnt habe. Da meine ich solche Begebenheiten, gerade wie hier die von Gideon, die ich hoch eschatologisch einstufen würde und die so sehr viel an Inhalt hat. Das sind ganz üppige Kapitel, die man da sieht, mit einer Fülle von Informationen. Und fingen zwei Fürsten der Midianiter Oreb und Seb und erwürgten den Oreb auf dem Fels Oreb und Seb in der Kelter Seb und jagten die Midianiter und brachten die Häupter Orebs und Sebs zu Gideon über den Jordan. Ja, wenn ich das alles natürlich jetzt zusammenfasse und mir das anschaue, was so sehr früh im Alten Testament schon steht und dass wir das jetzt mit dem, was wir so zusammengesucht haben, auf eine sehr tiefe und üppige Art und Weise lesen und verstehen können, das ist schon was Besonderes. Also, dass man so einen Text so erfassen kann und sehen kann, wie so sehr früh im Alten Testament Themen schon angesprochen werden, die dann Stück für Stück entwickelt werden, über Propheten wie Jesaja und wie Jeremia und wie Zacharia und dann über die Paulusbriefe eigentlich bis in die Offenbarung hinein, das ist schon groß. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass das Gottes Wort ist. Das hat sich kein Mensch ausgedacht, das kann sich niemand ausdenken, das schon so tief im Alten Testament schon zu verankern und Begebenheiten, die dort tatsächlich stattgefunden haben, in die Bibel aufzunehmen und zu beschreiben und man sieht plötzlich, dass in dieser frühen Phase schon alles angelegt ist, was nachher von Daniel oder von Johannes in der Offenbarung oder von Paulus ausformuliert und angesprochen wird und wie Stück für Stück durch Gottes Geist diese Gottesgeschichte vervollständigt wird. Bis zum Kommen Jesu Christi, das ist etwas Großes. Und dass wir das tun können, ist für mich die Schrift hineinschauen können, ist für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Bibel sich bewegt und plötzlich öffnet und Dinge plausibel werden, also bis in diese Geschichten da im Richterbuch hinein. Wir machen da auch noch mal Fortsetzungen, Richter 8, 9, schauen wir uns auch noch mal an. Da sind noch so ein paar Dinge, die man ergänzen kann, aber wir lassen es jetzt mal hier drauf beruhen und reduzieren das mal auf diese beiden Kapitel, da ist schon ausreichend Thema genug drin. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Deine Gute Deine 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 Untertitelung des ZDF, 2020